Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt 20 Uhr, wir sollten ein paar Uhr. Ach, 21 Uhr. 20 Uhr britischer Zeit. Es ist 21 Uhr am 5.10. 21 Uhr am 5., nicht am 6., 21 Uhr am 7.10. Und zum 3. das Datum gilt. Hast du nicht vorhin schon gesagt, dass du der Zeit voraus bist und dann hinterher? Vorhin habe ich gesagt, ich sei ja voraus. Ja, das ist hinterher. Ja, zwei Tage. Wir sind ein bisschen langsam. Arter Realitätsschock hier. Ein heftiger Aufprall. Aber ich mache meine Ansage einfach nochmal. Okay. Soll ich auch nochmal? Ja, mach doch mal, bitte. Herzlich Willkommen um 21 Uhr am 7.10.2020. Zu den Tagesthemen und das Tagesthema Nummer 1 steht in F. Ganz seltener Tonart. Wollen wir gleich loslegen oder in Ordnung ein bisschen Zeit vergeht? Ist deine Tage bestimmt? Das ist eine gute Frage. Ein Ton passt. Und zwar, das Tagesthema Nummer 1 handelt von Gesichtern und inspiriert wurde ich von einer Textzeile, der sagte, jemand zu mir. In meinem Gesicht ist heute wieder gar nichts los. Das passt. Das passt. Das passt. Das war's. 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 Also da hast du uns ganz schön überrascht mit dem Thema. In der Reaktionsbesprechung war ja, dass wir in einem anderen Spiel anfangen. Wir waren gerade völlig konzerniert. Ist das so? Ja. Und deswegen haben wir auch erstmal nicht so richtig gescheitert. Achso. Aber das kommt in den besten Sendern vor. Ich bin in meiner Zeit wohl doch wieder voraus. Ich glaube, du bist ganz anders. Planet Earth. Call it Planet Earth. Planet Earth. Call it Planet Earth. Get your protein pills and put your helmet on. Eine meiner Lieblingsstücke. Heute spielte in der Fußgängerzone ein Gitarrist mit zwei Akkorde. Er spielte die ganze Zeit im Lut. Ohne zu singen. Fand ich ganz gut. Dann konnte ich vorbeigehen und konnte das sehen. Und hat er reagiert? Nein. Auf welchem Planeten bist du jetzt? Damit wir wissen, welches Stück wir jetzt weitermachen. Nicht so hektisch. Nicht so hektisch. Sagt ihr es mir. Ich kenne ja die Namen. Ich kenne ja die Namen. Nein, 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 nein. Also das ist glaube ich nicht der Fall. Wie werden wir als nächstes ein Instrumenten spielen? Also das war auf meinem Planeten in der Redaktionsbesprechung. Wurde der 5 gegen 4 als Zweiter. Da muss ich ja wieder rechnen. Du musst rechnen. Ich muss nicht. Ich muss da nur drauf machen. Genau. Du bleibst einfach bei den 4 und wir gucken mal. Ja, das wollte ich einfach mal empfangen. Also, damit ich weiß, wo es lang geht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und war das bisher zu viel Halt, Franco? Nein, war gut. Wirst du denn dein neues Haltgerät, was du heute zum ersten Mal ausprobierst, wirst du das behalten? Ich glaube schon. Möchtest du das für Werbung machen? Ich werde ja nicht bezahlt. Okay. Andreas, du sagst, wenn du soweit bist. Ich glaube, die Gitarre habe ich mal nicht bestellt. Ich glaube, die Gitarre habe ich mal nicht bestellt. Warum nimmst du die jetzt? Weil es dann so aussieht, als ob ich reinge will. Dabei kommt die aus China. In Japan. In Japan. Das ist doch mal nicht deine T-Zeremonie-Gitarre, ne? Nein, das ist eher meine T-Zeremonie-Gitarre. Ist alles fertig? Äh, ja. Okay, dann starten wir. Endlich. Ich glaube, das war eine T-Zeremonie-Gitarre. Und jetzt haben wir das. Und dann machen wir das. Und ich bin zu kurz. Ich bin zu kurz. Tschüss. Ich bin zu kurz. Ich bin zu kurz. Ich bin zu kurz. Ich bin zu voll. Ich bin zu kurz. Untertitelung. BR 2018 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 Es gibt keine Com Es gibt keine Com Ja, wir haben ja doch noch einen mitzigen Paar anzumachen. Richtig krönig. Ich weiß nicht. Vorher sind wir zu streng und so. Die Karten kommen und dann haben wir ja schon mal wieder. Ja, das ist doch nicht wahr. Man hat sich ja auch wieder zu. Nein. Kurz, kurz. Auf sich diese Karten. Ja, was bleibt einem? Am Ende liebt man halt das Irrenhaus. Oder man fängt an, komische Sachen auf Facebook zu pusten. Wie geht eigentlich morgen das Wetter? Das Wetter bleibt so. Es regnet ja gerade schön. Manchmal ein wenig. Ich bin schon wieder so weit, dass wir wegen doof sind. Aber ein bisschen freuen muss man noch. Auf gar keinen Platz. Also es bleibt schön. Was für einer Bank bin ich hier gelandet? Ja, weil es regnet es und es bleibt so um die Völker zu strecken. Also höchst der Temperatur. Die Fakten haben wir aber jetzt vergessen. Das ist ein bisschen schöner. Das ist ein bisschen kranko. Es war heiß. Und, ähm... Ich glaube, es hat feier oder sammster. Egal. Du wirst es merken, wenn du mit dem Dosen rausgehst. Ja, herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Vielen Dank.